. Fernigumpe Diska Fleeler. Wir sind einzig der anderen und diesen, das ist Benno. Matteo. Alivio. Wir drei haben hier ein Konzert im Rahmen des Restspiels im Fabriktheater. Restposten. Es hatte ganz viele Kinder, es hatten ein paar Erwachsene und es war wunderbar, um hier zu spielen. Eine Handvoll Liebeslieder und ein paar Geschichten aus dem Kanton Uri. . . . Mir freut uns jetzt, dass wir das hier spielen dürfen. Auch Früchte vorne. Und das erste Lied, das heisst nämlich der Leuchtturm. Und der wird dann eben eine Sonne. . 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 Die Zeit ist relativ, ey Baby, ich weiss, sie richtig kennen, weiss ich, was das heisst. Selten hätte sich das Warten so fest gelohnt, wer wartet, wird mit Hoffnung belohnt. Und ich warte, wie ich noch nie auf irgendjemand gewartet habe, verliebte, wie ich bin, verliere mein Verstand und mein Herz obendrein. Würde es nicht schon die ganze Zeit bei dir sein, würde es nicht schon die ganze Zeit bei dir sein, würde es nicht schon die ganze Zeit bei dir sein. Musik 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 Der Baldelli war der linke Hammer. Der linke Hammer. Der linke Hammer ist vorbei gelaufen. Mich hat es gerade zum Umkehren bewogen. Ich bin runter und dachte, vielleicht könnte man unten am See ein bisschen knutschen. Und beim Ablauf putzt es mich weg. Und zwar so fest, dass ich wirklich das Geräusch feil runter bin. Wenn es mal einen umrührt, das war für mich in einer Jugend fast ein Nahtoderlebnis. Ich habe wirklich alles offen gehabt. Und dann läuft der linke Hammer wieder vorbei. Schaut mich an und fragt, Hey, Mühheim. Heute ist ein Tag zum Sterbenschehen. Wernig, Kumpadischka, Flieller. Huggy, Sebi, Walker, Baby. Gewitterfront, FC Flieller. Marschieren! Rapch! Eins, zwei, eins, zwei, vier und... Wir haben ja gar keinen Erfolg als Trio und das Stück ist aber das einzige Stück, das wirklich ins Radio gearbeitet hat, vom Radio Zentral. Und wir laufen also dort auf und ab. Und letztes Mal hat mir jemand gesagt, es sei wirklich das Wunschkonzert gekommen und es sei ein Sketch gekommen. Es ist ein Sketch von Cliby und Caroline und daraufhin sind wir gekommen. Also ihr Mie geht's aufwärts. Danke, sind wir da. Eins, zwei, drei! Ich lerne als Brot am Fenster meine Liebe für dich in einem Trick. Ich hoffe, du schockt den Fett, die Enten wollen, das Fristverdeuten ist für dich. Dann steige ich zurück in Schitzengraben, ab meinem Bett und zähle mich aus. Ich habe immer gewusst, dass du gefährlich bist, wer Liebe braucht, macht sich mit uns. Heute ist ein Tag zum Sterben, habe ich gesagt und das Wetter gemeint. Aber du bist gekommen in eine Gewitterfront, wo alles wieder meint. Etwas gut hast du gesagt, bald der Mut ist gemeint. Mich hat es dreid und dreid und auf den Boden gelegt. Wir können es an Italy singen, alle klatschen und «Ich hab es Probleme gemacht», «St Le playlist Go, 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 go. Und ich weiss, Baby, ein unentschieden kann der schönste sein. Und ich weiss, Baby, ein unentschieden kann der schönste sein. Und ich weiss, Baby, ein unentschieden kann der schönste sein. Und ich weiss, Baby, ein unentschieden kann der schönste sein. Und FC Fliele, hören Sie auf die Lieber Opposition. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Wer nicht kommt? Ich bin kein Flieger. Ich bin kein Flieger. Ich bin kein Flieger.